Alter, achso, das Ding hab ich ja ganz vergessen. Meine Fresse. So, jetzt wollen wir mal hacken. Ich darf natürlich den, ähm, Dingsbums nicht vergessen. So, kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Dann muss ich hier lang. Und darunter nehm ich mir das Ding. Und das Teil. Mh, und das hier. So, wir sind hier fertig. Super. Leere Spritze. Pistolenkohlen sind das nicht so geil. Panzer brechend. Äh, ich nehm mal normale MG-Patronen, dass wir die auch mal leer kriegen. Schön, dass der für mich so ein bisschen aufräumt. Panzer brechen, das ist alles sehr, sehr nice. Dann hacken wir das noch. So, ähm, das dahin, das dahin, dann hier nach, Kurve nach oben. Auf der Finger oben wird man dich loben. Denn es ist verboten, Toten, Poyoten, die Hoden zu verknoten. Ha, 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 ha. Ach ja, das wird wohl nie alt. Ähm, von hier kamen wir. Okay. Habe ich das schon gehackt? Ich weiß es nicht. Vor allem möchte ich halt gerne alles aufsammeln und hoffe, nur noch ein paar Antipersonen-Munitionen zu bekommen. Ähm, aber vielleicht... Jo, okay. Jetzt muss ich so... Ähm, das da brauche ich. Boah, was ist das denn für ein Heck, ey? Meine Güte, das ist ja grausam. Ähm, wenigstens komme ich hier durch. Ähm, jetzt muss ich so eins nach oben, dann nach rechts und dann zwei geradeausteile. Supi. Super. Ähm, Stickstoffkanade, Verbandstasten. Kaufe ich mir mal ein. Eifspitze kaufe ich mir mal ein. Napalm habe ich nicht viel. Nehme ich mir mal eins mit, in der Hoffnung, dass ich es bald brauchen kann. Ich hoff's zumindest. Da lang muss ich. Die Frage ist, will ich da lang? Ja, warum nicht? Ionischer Schrot. Verbandskasten. Kassette. Wunderbar. Noch eine Leiche, die nichts hat. Supi. Wo kommen wir hier raus? Ach, von hier kamen wir. Okay. Kann ich die MG-Patronen gebrauchen? Ja, bestimmt. Nein, kann ich nicht. Panzerbrechen. Ich habe immer noch keine Antipersonen-Munition. Ach, ob ich die mir selbst bauen muss oder nicht, das weiß ich gerade gar nicht. An seine eigene Falle gelaufen, Idiot. Gut. Napalm gesammelt. Ich glaube, Napalm ist ein richtig schönes... Schönes... Pfff... Super. Wir können Kartoffelchips essen. Das bringt natürlich gar nichts. Aber der Kaffee bringt was? Antipersonen. Oh, super. Wir können uns da anschleichen. Ich verstehe. Ich muss das Ende der Wirtschaftsland herarbeiten. Erfolg. Ja, das wirst du schaffen. So, Pistolenkugeln. Pistolenkugeln. Bandagen. Eine tote Katze. Oh je. Natürlich doof, ne? Hm? Katze! 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 Komm. Kann man die aufstellen, ne? Ne? Okay, dann nicht. In Juli macht das natürlich nicht. Oh, safe nämlich. So gut es geht, Autohacker. Oh, Antipersonen-Munition. Das war sehr gut. Ne, die Antipersonen hebe ich für die... Ich glaube, die Antipersonen-Munition hebe ich mir für die Pistole auf, weil die präziser ist. Einfach. Okay, ist das Ding auf meiner Seite? Ja, ne? Super. So, ich soll nochmal nachladen. Mein Ziel ist, reich zu werden. Ich bleibe, bis ich es geschafft habe. Das ist schön, aber ich glaube, hier unten ist so richtig Geld, ist hier nicht mehr zu holen. Deswegen würde ich lieber ein bisschen... ein bisschen ein etwas anderes Ziel aufsetzen. Ja, super schön, dass da... Oh, wie geil. Das steht da einfach oben, dieses Teil. Ho, 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 ho. Jo, ich würde sagen, läuft. Gut. Hat sich der ganze Kram doch schon bezahlt gemacht. Wir müssen hier rein, aber ich möchte hier noch nicht... Ich will das mal gucken, ob ich hier noch irgendwas entdecken kann. Nö. Ich glaube, die verstehen sich untereinander selbst nicht so ganz. Weil... Bleed Splicer und Houdini Splicer... Ich glaube, die mögen sich beide nicht. Normale Leiche. Was haben wir hier? So, Hacken. Ähm, das probiere ich mal so. Ach, Mist. Äh, was soll das denn, ey? Ich probiere es trotzdem. So, geradeaus. Dann nach da. Dann nach oben. Dann nach rechts. Dann nach oben. Und jetzt probiere ich noch eins nach oben zu kommen. Super. Antipersonen. Autohäcker können wir herstellen. Ähm... Gummischläuche. Vier benötigt. Drei Inventar. Sechs. Batterien brauche ich noch. Panzer brechen. Explosiv Antipersonen kann ich hier herstellen. Noch einmal. Super. Super. Hier können wir jetzt zum ersten Mal anfangen zu klorften. Das ist gut. Gerade die Antipersonen sind halt sehr nice. Kann ich da um die Ecke gucken? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich gucke erst mal, ob es hier... Ich höre dich. Ich will aber erst mal gucken, ob es hier noch was gibt. Nein, ich muss da oben lang. Von daher kann ich. Hm. Ist das Wasser, was da aus der Leiche getropft war? Oder? So, hier hat sich wohl jemand versucht zu verschanzen. Oder irgendwas zu Kerosin. Oh, super. Ist hier noch irgendwas? Hat hier jemanden ein? Oh, super. Finde ich gut. Solche kleinen Verstecke. Hier läuft aber noch jemand rum. Ich höre dich doch. Schön. Schön. Aber hier unten gibt es noch was. Das kann ich mir... Ich kenne doch... Bioshock. No, diese Leed Splicer. Spacken. Normalerweise hätte der mich gar nicht entdecken sollen. Na gut. Aber da wir die ja einigermaßen erforscht haben... Läuft's eigentlich... Ist das dein fucking Ernst? Bin ich jetzt hier... Nee, ich bin nicht im Kreis gelaufen. Stickstoffgranate. Ähm... 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 So. Okay. Jetzt brauche ich das Teil hier. Dann habe ich ein bisschen... Zeit. Das hier nach oben. Das hier nach rechts. Super. Kommt das da hin? Das hier nach da oben. Das auch nach oben. Und dann hier nach rechts. Und ich muss dann noch nicht meinen Autohäcker verwenden. Obwohl die Schwierigkeit doch... Stark ist. Ähm... Pistolenkugeln. Aber ansonsten... Kann ich nichts machen. Okay. Okay. Hier kam ich her. Na ja... Kluger Splicer ist ein glücklicher Splicer. Ich glaube, der einzige, der hier ein bisschen glücklicher Splicer ist, ist der gar kein Splicer. Aber das schaffen die natürlich nicht. Hallo. Na komm, Bubi. Wo bist du denn? Spacken. So. Ach, da ist ja noch einer. Nur keine Ahnung, woher der gekommen ist gerade. Na gut. Will ich mich mal hier in Ruhe umschauen. Genbank. Kann ich noch nicht brauchen. Ich brauche eigentlich eher ein Gatherers Garden. Und was ist denn das? Übelnd. Objekt anfertigen. Aber trotzdem möchte ich nochmal hacken. Dann sind die nämlich ein bisschen günstiger. So. Hier nach rechts. Dann nach oben. Dann wieder nach rechts. Wenn ich sowas finde. Und dann das Ding nach oben. Super. So. Objekt anfertigen. Autohäcker. Warum nicht? Kann man immer mal gebrauchen. Nein. Ich bin die Leiche. Hallo. Hallo. Leiche. Kriege ich das irgendwie hin? Ne. Na gut. Dann halt. Warte mal. Ich kann doch. Nein. Super. Jetzt kann ich die Leiche doch bestimmt. Ne. Na gut. Dann halt nicht. So. Ich möchte natürlich keinen... Denksbums vergeuden. Keinen... Verbandskasten. Du wirst vielleicht einiges über mich hören. Du wirst da auf meinen Namen stoßen. Ja, es gab mal eine Zeit, da habe ich mich für Politik interessiert. Aber im Grunde ist das doch nur eine Ausrede, um andere Leute umzubringen. Okay. Ich bin damit fertig. Ich will nur noch eins. Endlich die Sonne wiedersehen. folgendes. Mhm. Mhm. Folgendes. Warum ich manchmal so nach rechts schwanke, ich weiß nicht genau, ob es am Spiel liegt. Oder ob es vielleicht am Dingsbums liegt. am Controller, weil er schon ziemlich alt ist und vielleicht mal einen neuen gebrauchen könnte. Ist eigentlich schön, aber dass wir jetzt hier noch Geld bezahlen müssen. Aha. Habe ich hier was gefunden? Etwas, was ich vielleicht nicht finden sollte. Kassette untersuchen. Safe hacken. Oh nein, da benutze ich den Autohacker. Ja, weil es mir einfach... Oh, 20 Antipersonenkugeln. Das ist natürlich geil. So, das hack ich nochmal. Wie gesagt, es gibt zwei Sachen. Entweder brauche ich einen neuen Controller, was durchaus sein kann, weil das Ding halt schon uralt ist, aber daran erkennt man das Original. Ich hole mir nämlich bei Controllern immer gerne Original-Sachen. Original-Xbox-360-Controller von Microsoft natürlich, weil die einfach am längsten halten. Ich habe es schon mal mit günstigen probiert, die du, was weiß ich, für einen 10er, für einen 20er irgendwo kriegst, aber das Problem liegt halt daran, dass sie auch einfach schnell kaputt gehen, gerade das Steuerkreuz. Und den habe ich mir mal von 35 geholt und der hat jetzt einfach mal fünf Jahre ausgehalten, locker. Es kann aber auch sein, dass es einfach... so, ich versuche die... Ah, da ist noch ein Big Daddy. Hat er eine Little Sister dabei? Ja, hat er. Gut. Ich bin so gut. Die Taukugel ist leicht erdrückt und auf die Anlegestelle der Taukugel. Dann ist es direkt weiter zu Ryan. So, Nietenpistole kann ich noch nicht nehmen. Doch, 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 doch. Bitchlab. Ne, Quatsch. Oh, das ist noch sogar ein kleines Blondes. Oh, mit einem blauen Kleidchen. Ähm, wie sieht blau und blond? Ja, komm. Super. So, hat natürlich auch mehr Ressourcen gefressen, als es eigentlich sollte. Aber passt schon, würde ich sagen. Oh, neues Körpertonikum. Gucken wir später. So, was ich auf jeden Fall brauche ist, äh, Körpertonika-Slot. Wähle ein Tonikum aus. Verbandskästen verleihe noch Eve. Wähle ein Technik verringert. Die Dauer von Kamera-Alarm. Ähm, super. Kampftonika-Slot. Äh, wenn du getroffen wirst, gibst du ein elektrisches Schlagamt, fügst jedem in der Nähe Schaden zu. Super. Ich nehme dann noch einen. Jetzt haben wir nur noch 40. Was ist denn Sonic Boom? Schleuert, ähm, mit einem Energiestrahl zurück brauche ich eigentlich nicht. Eve Safer. Plasmide verbrauchen weniger Eve. Ja. Nämlich anstelle von Eve Link. Körperpanzerung. Oh, ja, ist auch ganz gut. Perfekt. Maschinenbuster. Nicht genug Geld, um dieses Objekt zu kaufen. Ja, ich will trotzdem wissen, was das ist. Na gut. Hat sich jetzt gelohnt. Ich glaube, jetzt haben wir es auch wesentlich einfacher. Bitteschön für den Besuch. So, hier können wir nach oben. So, ich würde aber gerne mal lieber... Die kleine Little Sister war wichtig, hat aber viel... An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Weshalb? Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann? Und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergebrannt. Nicht Gott hat die Sahnen für dieses Arcadia gesät. Ich weiß. Ah, Antipersonen wollte ich eigentlich nicht benutzen. Ähm, jo, gut. Tja, scheiße gelaufen, Andrew. Bevor ich aber jetzt hier weitermache, ähm, mache ich mal einen kurzen Stopp, also einen Schnitt, um damit die Aufnahme nicht verkackt, wenn die Aufnahme nicht verkackt, dass ich nicht zu viel nachzocken muss. Also dann bis... Vielleicht bis zum nächsten Part. Bis dann. Ciao.